Herr Zichmann, wir sind bei PreiswaterhouseCoopers. Was tut denn Ihre Firma und was machen Sie hier? Ja, vielen Dank für die Frage, für das Interesse. PwC ist eine der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, eine der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland und in der Welt. Wir betreiben Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung und das auch in der Sanierung. Wir sind hier heute beim Insolvenzrechtstag und insofern beraten wir auch sowohl vor als auch in der Insolvenz der Unternehmen. Wäre es sinnvoll, wenn eine Firma Schwierigkeiten hat, sie vorher schon zu Ihnen kommt und versucht, sie zu sanieren? Unbedingt, unbedingt. Es ist ratsam, möglichst frühzeitig zu kommen, wenn sich Krisensymptome zeigen, wenn möglicherweise Ergebnisse zurückgehen, Umsätze zurückgehen, Ergebnisse zurückgehen, möglicherweise die Liquidität eng wird, möglichst frühzeitig zum, es ist wie beim Arzt, wie beim Zahnarzt, möglichst früh zum Zahnarzt gehen, vielleicht auch ein bisschen Prophylaxis machen, Prophylaxis machen, sodass man dann den Zahn noch retten kann, beziehungsweise dann das Unternehmen retten kann. Sie sind bundesweit tätig? Das ist richtig. Wir sind bundesweit tätig, wir sind auch international tätig und wir sind für mittelständische Unternehmen wie auch für Großunternehmen tätig. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die weitere Tätigkeit und einen schönen Schlag noch. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank.